Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Count us like Michael ist auch im Disco Call Und ja, das war's Rest haben wir nicht mehr im Disco Call, oder? Habe ich wen vergessen? Nö Das ist ja schön, dass ich nicht vergessen habe Es geht um Wagi Dagi Hagi Wagi Störung Die hast du Nein, ich musste nachladen Nein, ich musste nachladen Nein, ich musste nachladen Nein, ich musste nachladen Ich musste nachladen Ich musste nachladen Lecker 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 Heute schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne Besen ist Ach so, die sind unten Nein Junge Leute Wir fangen so an Es kommt auch ein paar drei, wie wir alle Maps durchzocken spielen werden Störung Störung Oh, wir müssen auf Platz 1 zu 2 bleiben, natürlich Ja Freunde Ich bin Komm Oh Der hatte wahrscheinlich Freunde Der hatte noch wahrscheinlich 1 HP Ich weiß es nicht Ich glaube, der hatte noch 2-3 HPs Oder ein Why not Und das Junge Die sind zu zweit Die haben mich von hinten gewumst Ja, das Wie meins Ah Geh auf, du blöder Gras-Tor Oh, nee Den einen habe ich angeb- Den einen habe ich Oh nein, wir sind auf Platz 2 Und ich habe gesagt, wenn wir Platz 2 sind, muss ich ein Basen essen Lecker On-Stream Oder auf-Stream Haha On Nee, ja On Kann kein Grad, kein Deutsch Ah, Mann Ich muss auf Platz 1 werden Ich bin doch Junge Wir haben alle einer von hinten von nach vorne geschoben Na komm, so leck mich doch Wie, wie meinst du da Nein Wir haben verloren Oh, Mann Er kann doch lesen Ähm, Alex Drück mal Alt Plus Ne, Alt Na, du weißt doch nicht, was ich sagen will Ich will ja nicht, dass der Alt-F4 drückt Ich will, dass der Alt-F5 drückt Alleine So, Leute Den einen habe ich es von hinten geschoben Den anderen da Der andere hat mich da Och ey, ihr mit euren selben Spruch Ach, komisch bei den Ich muss auch die Tür aufdrücken Ich muss auch die Tür aufdrücken Die Wund Die Last Last Das ist Michael Geh, Michael Ihr mit euren Hals Sabbel ja für ihn mit ehe drücke ich die tür auf und zu hey wie komme ich dann noch mal rein im luftschacht junge das schiebt hafreunde lass 100 ein abo wir können auch bei 200 500 abonnenten nicht besser ach das kümmert dass ich nicht dachte kleiner und ja gut ist fast nein ach ich komme den einen von hinten das wird für den schmerzhaft aber den ein habe stürmen ja die spritze tut weh nicht da aber bin runter geklatscht legt euch nicht mit den king profi an das war keine scheiße das war ernst gemeint dass ich der king profi bin da macht du es besser den habe ich einen von hinten abgestockt bei kandos 2 kann man auch viel mühlau aber auch kommt schon freunde den ein habe ich dann mal los ja junge der drückte jeden ja den habe ich aber von hinten geschoben den anderen auch den da noch gleich sterben sehe ich gerade und mein laut nobis system Junge, der sieht es mir. Ja, wir haben gewonnen. Auf Platz 1, ja, süß. Freunde, wir spielen auch normal überleben. Gefahrzone. Ist was Gutes und ist nie was Gutes. Mal gucken, wer uns trifft. Ich als bekannter YouTuber. Und heute, diesen Sonntag, Leute, werde ich heute auch noch was verlosen an euch. Ein Steam-Erkern, wo Satisfactory drauf ist. Doch, mache ich. Ihr braucht mich nur auf Discord and Will Hunting, wie in Videobeschreibung steht. Und das drehe ich dann am Glücksrad und dann seht ihr ja, wer gewonnen hat. For life. Und dann habe ich sogar noch ein privates Video für euch, Freunde. Steuung. Und dann habe ich... Ach, komm, Leute. ja das ist gut für mein mikrofon wenn ich bastel wer kann doch mal hochkommen wir sind am meer das hättet ihr mir sagen können freunde werden die gegner wurde fehl voll gekämpft haben wir die nicht angezeigt als mein mutmenü alles das ist doch alles an ich will mich sehen als selbst die spiele werden nicht angezeigt wurde wahrscheinlich zu oft ich darf mich in der luft gejagt na warte du war nie kommt die manche ja das war ja bei meinem spiel der hat sogar verlassen auch kommen freunde ich sei doch mal aktiv hier steht schon auch alle waffen was da unten gibt was da oben schon gibt da wurde nicht bist kurz schieten leute man kann ja gucken ob noch acht gegner ohne dass ich was gemacht habe cool hier ist wahrscheinlich jemand verreckt laut meinem plan aus aus Vielen Dank. Das ist ein Schuss. so freunde freunde wir müssen wir müssen langsam machen bevor wir angegriffen werden ok so 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 Tic, 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 Tic. Okay, da kommt... Da kommt jemand, da kommt jemand! Alarm, Leute! Alarm! Oh-oh! Oh-oh! Penner! Lecker Penner! Junge! Ach, komm, Leute! Wie er mich abwerfen wollte und hat nicht mal getroffen! Junge! Leute, ich hatte so eine gute Runde und jetzt musste ich... Na ja, egal, Leute. Ich würde sagen, ich beende jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like, ein Abo da und wir sehen uns morgen und... Also heute nochmal, glaube ich. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in meinen Discord-Server, ist unten in den Videobetreibungen oder edit mich Willhandling. Wie immer, will sie nur richtig lesen. Wer lesen kann, hat einen Vorteil. Cess! 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 Cess!